Musik Und zampft es! Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Regina. Heute zeige ich euch mal, passend für die Wiesen, was jede Frau braucht für ihr Wiesendekolleté, von Elisabeth Arden, die Ceramidekapseln. Es sind so kleine Ampullen, sie sorgen für intensive Leuchtkraft, Ausstrahlung, straffen euer Dekolleté und sorgen für einen gewissen Schimmer. Ich zeige es euch gleich mal, ihr dreht die Kapseln oben auf, nur drehen, nicht schneiden, dann habt ihr eine kleine Öffnung, das ist dann eine leichte Flüssigkeit von Ceram, und das tragt ihr schön auf euer Dekolleté auf, nach oben, runter kommt es von alleine. Schön auftragen. Es ist wirklich sofort gestrafft, es ist nicht rückfettend, das ist ja immer das, was man auch nicht will, bei der Bluse ist geschnell, ihr könnt es super mitnehmen, es sind sehr kleine Kapseln. Und ihr könnt es auch mal in der Nacht verwenden, als richtiges, beruhigendes und aufbauendes, reparierendes Serum. Und nicht nur das Serum ist klasse, sondern auch die leeren Kapseln, die könnt ihr in die Badewanne legen. Es macht eine super weiche, geschmeidige Haut. Und ich erzähle euch heute nicht nur vom perfekten Dekolleté, sondern auch ums Drumherum. Ich habe es für euch mal eingepflechtet, es sind am Ende so Perlen, die könnt ihr natürlich abschneiden, aber ich finde, sie stören nicht, so wisst ihr es, dass es wirklich einen festen Halt hat. Es sieht total süß aus. Und natürlich, was man auf der Wiesn braucht, eine super süße Dirndl-Tasche, die ihr nicht nur umhängen könnt, sondern auch an eurer Schürze befestigen. Denn was gibt es Schlimmeres, als wenn eine Frau ihre Handtasche verliert. Lasst es euch richtig gut gehen auf der Wiesn, trinkt einen für mich mit, macht es gut und bis bald. Tschüss!